bitte da sind die obsidian steine bist du geht nicht mehr ja und 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 Um zu zu spät. graf frankenstein oder was oder victor frankenstein oder wen meinst du und 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 wegflug jetzt habe ich auch noch hunger verdammt vielleicht hast du noch mein vogel genug man wird ja gleich ein bisschen fleisch klauen führer bleiben Ah Jo, bis dann, ciao, ciao Ich brauch das nur wegen Quetzal Dieke Wannicke für Mieke Schön Ach, scheiße Dann bleibt ihr Bescheid Geil Hab ich total vergessen Ah, scheiße, ich gehört Ich hab gegessen Echt schon wieder 12, oh Gott Ah Ja, dass man kein Flugvieh findet, das nur mit Pflanzen fliegt, ne? Und mit Bären Ich denk die ganze Zeit schon nur danach Gab's einen Dinosaurier, der nur mit Pflanzen flog Also nur mit Bären sich versorgte Wer groß genug war, um, ja Da fällt mir keins ein Wie viele Narkotikpfeile hast du denn eigentlich noch? So viele also So viele also Wäre schon nicht schlecht eigentlich Wäre schon nicht schlecht eigentlich Also beim Obsidianberg kann man auch sehr gut Metall farmen, ne? Muss man auch sagen Ja 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 Ach stimmt ja, wie viel Metall habe ich jetzt eigentlich? Hier 200, da 200 Da nochmal 200 Also 800 habe ich mir jetzt schon Ja Ja Ich hab die Ich hab die Blueprint gefunden Ja Ja Ich hab die Blueprint gefunden Ah Sind die Lampost nicht diese Sind das nicht diese Lampost, die zum Hinstellen gedacht sind? Die du auf dein Schiff hast? Ok, ja gut Ich frag lieber nach, nicht dass du die falschen Hausversehen baust da, ne? Aha Ein Raptor Boah Misty Glaub mir nie wieder mein Zeug Das war's für heute. ich habe sogar noch was gefunden ich weiß nicht ob wir das haben metall irrigation pike versehentlich alter dieser fliegen du missvieh endlich du meinst du bist widerlich aber von einer obsidian stein krass ich bin ein paar alphas suchen kann ich jetzt schon sagen wer ist dabei wie jetzt ich Okay. so jetzt habe ich lange genügend die noch mal runter und gibt noch mal dabei mal gucken wie viel mitteil ich überall habe ist das spiel da schnell zu themen wenn ich noch ein finde weil das will ich unbedingt haben das ist riesig ich will es haben ich weiß trotzdem ich bin vorher weil nämlich umso schwieriger wird den zu themen weißt du schon das muss nicht bedenken umso mehr tage vergehen umso schwieriger wird das server also umso besser umso früher ich den quetzal habe umso früher umso besser weil der dauert mich gerade kurz den zu themen soweit ich gehört habe